Moin Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Mirage. Was ist bisher passiert? Ja, wir haben den Kalifen getötet, haben eine seltsame Blu-Ray, sage ich mal, bekommen. Ich setze mich jetzt mal hin, dann kann ich das erzählen. Also wir haben eine Blu-Ray vom Kalifen gestohlen, die in der Kiste war, dann haben wir ihn getötet und jetzt müssen wir fliehen. Und ja, ich denke mal, das machen wir. Oh, 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 oh. Weil wir werden gesucht. Nee, und ich glaube, wir rennen. So. Ich renne einfach mal. Na, guck mal, ich bin schon da. Sehr geil. Oh. Oh, der Junge. Oh, die haben den Jungen getötet. Ach, jetzt bin ich schuld? Alter Schwede. Du hast ihn getötet. Das warst du. Es kam von dort drüben. Ich hoffe, ich sehe dich nie wieder. Schnell. Ähm. Ja. Obwohl ich es war, den sie bestrafen wollten. Scheiße, sage ich jetzt mal. Echt scheiße. Ich darf nicht hier sein. Ich muss... Ja, ich muss fliehen. Also ich glaube, hier würde ich kein glückliches Leben mehr führen. Ja, ich will mich auch nicht verstecken. Ich werde einmal weg. Oh, das war ein bisschen... tief. Bleib stehen und kämpfe! Einige Männer nachts der mir! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ach, wusste ich doch. Nein, ich bin es nicht. Das reicht mir. Lauf. Endlich ein bisschen Action hier. Selbstmord ist keine gute Idee. Die Ubisoft Original. Okay, wo bin ich denn hier? Okay. Bin ich im Animus oder was? Ein neuer Tag. Eine neue Prüfung. Ich sollte zurück. Okay, Gebiet nicht verfügbar. War mir schon irgendwie klar. So. Ja, dann gucken wir mal, wo wir hingehen. Kehre zur Ausbildung zurück. Ja. Ich denke mal, dass ich dann... Kann ich aber irgendwas stehlen? Nein. Oh. Ein Tier. Okay. Ich denke mal, dass ich jetzt zum Assassinen ausgebildet werde. Mega cool. Regeneration der Gesundheit. Isst du gewisse Pflanzen oder Narben aus Zöpfen und regeneriert sich deine Gesundheit? Ja. Das ist eine nützliche Information. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Ich denke schon. Lass den vergangenen Tag hinter dir. Auf den heutigen hat er keinen Einfluss. Zieh dich an und wir können beginnen. Nur zu, Basim. Wie sie das geübt haben. Ja, Meisterin. Ja, klettern konnte ich schon vorher, ne? So, ich sag mal, das hat sich ja in den ganzen Spielen nie verändert. Du wirkst heute sehr kräftig, Basim. Nicht nachlassen. Sachte, Basim. Sachte. Jo. Jetzt! Ich habe genug gesehen. Wir versuchen es morgen erneut. Äh. Das war toll. Ich sehe es an deinem Körper. Du verlierst zu leicht das Ziel aus den Augen. Also ich fand, das war doch sehr gut. Das ist ein unabdingbarer Schritt auf deinem Weg zur Einführung. Er ist eines der ersten und heiligsten Rituale der Bruderschaft. Um ihn erfolgreich durchzuführen, musst du zuerst Geist, Körper und Seele in Einklang bringen. Nimm die Furcht an, besänftige sie, finde die Stille und dann lass los. Ja, Meisterin. Also ich sag mal, hätte ich es nicht erfolgreich durchgeführt, wäre ich da nicht drauf gegangen. Darf ich dich etwas fragen? Du darfst. Als ich in Al-Anbar war, im Palast, wurde ich Zeuge eines Treffens zwischen dem Kalifen und fünf Männern mit Maske. Ordensmitgliedern. Der Kalif sollte den Gegenstand beschützen, den sie entdeckt hatten. Aber er wusste nichts von ihren Plänen. Er kannte nicht einmal ihre Namen. Wie kann es sein, dass der mächtigste Mann Bagdads vor den Gesichtslosen so ängstlich auf die Knie sinkt? Der Orden beherrscht solche Männer und ihre Imperien bereits seit Jahrhunderten, indem sie sie von ihrer Wahrheit überzeugen, dass sie die natürlichen Lenker des Weltgeschicks sind. Der Kalif war nur ihre Marionette. Und dasselbe wird auf denjenigen zutreffen, der ihm nachfolgt. Das gesamte Kalifat steht unter ihrem Eindruck. Sprich mit Fulad und sieh, ob er Hilfe benötigt. Wir setzen deine Ausbildung später fort. Wer ist Fulad? Er ist Fulad? Bist du Fulad? Hast du Mentor Aihan im Lager gesehen? Er bereitet den Empfang der Gesandten der Tahirian vor, Meisterin. Danke. Achso. Nee, ich denke mal, er ist das. Der, der so komisch leuchtet. Guten Tag, Tabith. Hallo, Basin. Was beschäftigt dich? Um ehrlich zu sein, bin ich frustriert. Der Orden in Bagdad ist seit dem Tod des Kalifen nur noch stärker geworden. Und wir sitzen auf diesem Bergfest. Mentor Aihan weiß sicher, was er tut. Vielleicht sollte ich mehr vertrauen. Hast du Fulad gesehen? Wahrscheinlich ist er wie üblich in seiner Schreibstube. Aber gut, ich muss wieder an die Arbeit. Wir sehen uns. Okay, als würde ich mich hier auskennen. Welche Schreibstube? Folgen wir einfach mal hier. Uah. Hier ist sie nicht. Da ist er. Das sah auf den ersten Blick fast so aus wie das Zeichen von Bushido. Das Logo. Ah, Basin. Wie geht es dir? Ja, Inkidu. Gleich gibt es Futter. Ist klug. Und soll mit Klugheit nicht auch Geduld einhergehen? Das erinnert mich an jemanden. Hast du mit Meisterin Roshan gesprochen? Hab Geduld. Begegne deinem Fortschritt mit Wohlwollen. Ich nehme es mir zu Herzen. Roshan trug mir auf, dich aufzusuchen. Ach, ja. Rivka braucht Lederstreifen. Kannst du sie aus dem Lagerraum holen? Mache ich, Fulat. Bis später dann. Kannst du mal holen, nicht klauen? Also, das ist unter meiner Würde. Aber ich denke mal, das gehört ja alles zur Ausbildung bzw. zum Tutorial. Machen wir mal, ne? Das ist es nicht. Okay. Es ist schwer, hier irgendwas zu finden. Das Lederstreifen? Nein. Das ist kein Lederstreifen. Ja, das sind Gewürze. Vergess die Feder nicht. Fulat. Erinnere die Bruderschaftshäuser in Bagdad daran, jede blutgetränkte Feder und jeden Auftragsbericht nach Alamo zu schicken. Jede Feder ist ein Sieg. Sie müssen gesammelt und verzeichnet werden, auf das sie nicht auf den Abfallhaufen der Geschichte enden. Dies ist weit mehr als nur eine Zeremonie zukünftiger Generationen von Verborgenen. Äh, dies ist nicht... Alter Schwede, kann ich heute nicht lesen, oder was? Dies ist weit mehr als nur eine Zeremonie. Zukünftige Generationen von Verborgenen werden sich von unseren Aufzeichnungen leiten lassen. Unsere Vergangenheit muss auf unsere Zukunft begründen. Sie darf nicht ausgelöscht werden. Mentor-Reihen. Äh, Reihan. Okay. Ähm. Ach. Tja, das sieht doch schon mal gut aus. Die Pfad beginnen uns unter Druck zu setzen. Kräfte? Du meinst den Ordner-Bahn? Ich kann nur über das sprechen, was ich weiß, Sardiki. Der Kalif wünscht die Auslöschung der Aufständischen. Und wenn ihr ihnen weiter Unterstützung gewährt, können wir euch keinen Schutz vor einer... Antwort des Kalifats zusichern. Die Aufständischen versorgen uns in Bagdad mit Informationen. Ohne sie sind wir blind. Wie dem auch sei. Stadthalter Mohammed ist fest entschlossen zu zeigen, dass er diesen Aufstand schnell beenden kann. Ha, daran zweifle ich nicht. Ich kam, um euch zu warnen. Die Lage in Bagdad entwickelt sich schnell. Vielleicht müsst ihr schneller handeln als erwartet. Ich höre dich, Abhan. Hm, interessant, interessant. So, dann werde ich mal meine Aufgabe entledigen. So. Wie kommt der Bau voran? Es dauert länger, als wir erwartet haben, Sayed. Das ist sicher frustrierend. Ah, Mentor Dayhan ist ein weiser Mann. Doch er spricht von diesem Berg, als wäre es vorbestimmt, dass wir hier bauen. Wir haben Geduld und folgen seiner Führung. Meisterin Roshan sagt, ich soll es nicht zu eilig haben, in die Stadt des Friedens zurückzukehren. Du solltest es gar nicht eilig haben. Bagdad hat sich verändert. Es ist gefährlich. Okay. So, Meister. Aufgabe entledigt. Rivka? Was denn? Was denn? Streifst du jetzt nur noch ziellos im Lager umher? Nein, ich habe Leder für dich. Meintest du das? Ich habe ein paar V-Leder-Wischtücher für dich. Jetzt schau ich, bist du den Holzschwertern entwachsen. Ich war dagegen, aber Roshan bestand darauf. Hier ist ein Dolch. Endlich habe ich meine Waffe. Sehr geil. Und dein Schwert. Ich bin stolz, an ihm gearbeitet zu haben. Okay, das hat was, ne? Da muss ich schon sagen, das sieht ganz schön nice aus. Diese Klinge hat Charakter. Warum sollte ich etwas machen, das nicht einzigartig ist? Ich habe heute gewiss nicht mit neuen Waffen gerechnet. Ich stehe in deiner Schuld. Begleiche sie, indem du die beiden gegen den Orden einsetzt. Lass sie die Schärfe dieses Charakters spüren. Ja, einverstanden. Kann ich gerne machen. Uh, neues Hilfsmittel freigeschaltet. Wurfmesser. Okay, so blockig. Oh, okay, was war das? Okay, Fackel. Wurfmesser. Ah, okay. Okay, aber Wurfmesser habe ich ja noch nicht. Weißt du nicht mehr, wie man ein Messer benutzt? So. Wurfmesser ausgewählt. Sehr cool. Ähm, L2 und damit R2 werfen. Okay. Na. Sehr cool. Bei Allah, ein guter Wurf. Okay. Das war eigentlich, eigentlich simpel, ne? Das ist der richtige Weg, Sadiki. Sehr nice. So. Dann mal gucken, was wir noch machen müssen. Und mit dem Wasserfall, das ist schon echt geil aus. Wo? Ach, ich kann da nicht durch, das ist eine unsichtbare Wand. Mensch. Okay. Egal. Dann gucken wir mal, was für Aufgaben wir noch heute haben. Na, heute ist ja, ja, mehr Tutorial nochmal. Na, aber ich denke, dass wir das relativ schnell abschließen werden. Na, mal gucken. Vielleicht, na, auch heutige Folge. Wird schwer. Ich schätze mal, in der morgigen... Na, nein, nicht viel hoch. Okay. Okay, schon die ersten Grafikpacks. So, mit denen haben wir schon gequatscht. Ja, also das ist bei Assassin's Creed nicht geändert. Uh, Schwerttraining. Gute Arbeit. Bis morgen. Was ihm? Zeit für dein Kampftraining. Oh, ja. Ich war überrascht, als Riff kam mir das Garten. Ist dein Schwert nicht eine etwas grobschlechtige Waffe für einen Verborgenen? Als Verborgene müssen wir eine Vielzahl von Waffen meistern. Man weiß schließlich nie, wie sich ein Kampf entwickelt. Ein jeder kann ein Schwert führen. Aber wie wirst du es einsetzen? Ähm, ich bin hier, um zu lernen, Meisterin. So, wie es sein soll. Bist du wirklich hier? Zum Messern und Meucheln. Ja, ich glaube schon. Körperlich bist du es. Aber auch mit Geist und Seele. Ist das ein Rätsel? Nein, es ist der Unterschied zwischen Leben und Tod. So, da bin ich mal gespannt. Du musst auf mich zielen und mich umkreisen. Wende deinem Gegner niemals den Rücken zu. Mach ich. Ja, besser. Ach so, okay. Zeit mir erst mal Schnelle hier. Leichter Angriff R1, ja. Gut. Ich warte auf dich. Ja. Ne, so nicht. Guck. Wieder fokussieren. Ausgezeichnet. Manchmal müssen wir mit mehr Wucht angreifen, um größeren Schaden anzurechten. Ja. Und wie mach ich das? Dabei bist du kurz ungedeckt. Also passe es gut ab. Und los. Ach, gedrückt halten. Okay. Genauso. Schlage kräftig zu. Ja, da stehst du drauf, ne? Nun zur Verteidigung. Du kannst gegnerische Angriffe parieren. Nach ein paar erfolgreichen Paraden ist dein Gegner wie benommen. Versuche meine Angriffe zu parieren. Mit L1 bestimmt, oder? Ja, sag ich doch. Ja. Na los. Ausgezeichnet. Einige Angriffe kann man nicht parieren. Man kann nur ausweichen. Mach dich bereit. Oh. Ja, okay. Das war... Denk nicht zu viel nach. Gute Arbeit. Keine Ausdauer mehr. Deine Ausdauer ist auch gebraucht. Sie wird durch Ausweichen und Angriffen verbraucht. Hast du keine Ausdauer, kannst du nicht mehr ausweichen. Ausdauer füllt sich mit der Zeit oder durch erfolgreiches Parieren wieder auf. Okay. Achso, das sehe ich gerade unten links. Genau. Ja, gerne. Ja, du kriegst richtig eine rein. Wo kam das denn her? Oh. Alter, hat die Alte mich getreten. Für heute sind wir fertig. Ja, gleich kriegst du einen Bugs. Warum hören wir auf? Vom Versagen lerne ich nichts. Wahres Lernen besteht zu gleichen Teilen aus Taten und Ruhe. Ersteres hast du getan. Nun suche die Ruhe. Okay. Überstürze die Übungen nicht. Hab Geduld. Versagen ist ein Teil des Fortschritts. Denke darüber nach und komm verbessert zurück. Ja, Meisterin. Das werde ich. Gut. Dann auf bald. Jo, alles klar. Hoor rein. So, aber jetzt haben wir auf jeden Fall ein Dolch und Schwert, damit wir auch mal so richtig kämpfen können. Ich fürchte, er begibt sich mitten in ein Schlangennest. Ich weiß, wie nah du deinem Bruder stehst. Bald wissen wir mehr. Dann können wir handeln. Friede sei mit dir, Abu Jafar. Ich bin Ahmad. Ahmad. Entschuldigung. Sei unbesorgt. Komm und wärme dich am Feuer. Unser Bruder Ahmad verlässt uns morgen. Nach Bagdad, zum Haus der Weisheit. Das Haus der Weisheit? Meine Brüder und ich arbeiteten dort über viele Jahre. Ich habe noch immer einiges zu tun. Die Wissenschaft wartet auf niemanden. Und ich erfülle meine Pflicht als Verborgener, indem ich unter den Gelehrten eure Augen und Ohren werde. Also bist du sehr nützlich. Sehr cool. Fulat, erzähl Bassi ihm die Geschichte von der Feder. Unser Brauch mit der Feder kommt aus Ägypten. Sie steht für die Federn der Maat. Die Federn eines Reihers wurden in das Blut der Zielpersonen getaucht. Diese wurden für das Urteil des Herrn der Duat hinterlassen. Es ist wichtig, dass wir bescheiden bleiben. Und unseren Platz kennt. Wir sind Boten der Gerechtigkeit. Und keine Richter. Hilft mir heute Abend jemand beim Wachgang? Ich komme mit dir, Nur. Ich muss mich bewegen, wenn mir heute noch warm werden soll. Ich danke dir. Lass uns gehen. Kommst du, Bassim? Heb dir die Geschichten für später auf. Das ist nett von mir, ne? Ich bin der Erste, der sich hier freiwillig meldet. Kann ich dich im Vertrauen sprechen? Das weißt du doch. Ich hörte vorhin Mentor Raihan mit einem Gesandten reden. Mentor Raihan fragte, ob wir wegen der Verbindung zu den Aufständischen in Bagdad angegriffen werden. Ich will auch noch Fackel haben. Sicher. Ich weiß es nicht. Doch ich bemitleide alle, die diesen Adlerhorst angreifen. Wie läuft die Wache? Es ist ruhig in ganz aller Mut. Und ich hab solchen Hunger. Wir haben es nicht bis zur Hauptschlucht geschafft. Ausgezeichnet. Dann beginnen wir dort. Danke. Was für eine Zeremonie. Du meinst den Orden? Ich sehe sie als Ungeheuer aus einer Geschichte, die sich in dunklen Ecken und Gassen verstecken. Das ist Mursha. Ein prächtiges Tier. Mein Mursha. Bald wirst du einen eigenen haben. Foulad hat mich einem Adler namens Inkidu vorgestellt. Er sagte, wir hätten viel gemeinsam. Und das war nicht als Kompliment gemeint. Sie sieht etwas. Folge mir. Ganz leise, Basim. Verstecke dich irgendwo. Wo sind wir hier? Wir nähern uns hier umlagern. Die Überraschung ist auf unserer Seite. Bereithalten. Hört auf, so viel Lärm zu machen. Ich bin hinter dir. Wir müssen schnell zuschlagen. Jawohl. Wir warten auf den richtigen Augenblick. Ich glaube, es hätte, ich sage mal, diskreter ablaufen können. Aber na ja. Na. Ach ja, ausweichen. Klar. Ach ja, ich habe keine Ausdauer. Ja, okay. Ausweitszeichen. Da bist du ja. Der Wasser aufhinten. Ach, die Morbe. Kein Risiko. Hab dich. Weiter Druck machen. Du gehörst mir. Oh. Ja. So, du kommst auch nochmal her. Na. Okay, ich habe die Band K.O. geschlagen. Anders als die Hölzernen Ziele, oder? Das ist es nicht. Dieses Schwert. Was ist damit? Selten aus Bagdad benutzen diese Waffen. Wir müssen die anderen warnen. Tja. Selten aus Bagdad. Woher weißt du das? Basim hat die Art ihrer Schwerter erkannt. Ich glaube ihm. Hol ihn herein. Woher weißt du, dass diese Männer aus Bagdad waren? Gut geraten. Ich bin auf den Straßen dort aufgewachsen und habe ihre Waffen oft und aus der Nähe gesehen. Hinter jedem Söldner steht jemand, der ihm seine Befehle erteilt. Ja. Und wir müssen handeln, wenn wir erfahren wollen, wer das ist. Wir kehren nach Bagdad zurück und bitten Ali ibn Muhammad um Hilfe. Ah, natürlich. Den Saib Assange. Er ist ein gefährlicher und irregeleiteter Narr. Das mag sein. Aber auch einer unserer wenigen Verbündeten in Bagdad. Wir brauchen ihn und seine Männer. Ich werde nach Bagdad gehen. Geh zu Ali. Finde heraus, ob der Orden diese Männer geschickt hat. Ja, gut. Möge Allah dir Erfolg bescheren. Allah beschere dir Erfolg. Auf bald. Auf ein Wiedersehen. Jo, see you later. Jo, see you later. Ja, ich glaube, ich mache mich ganz gut. Ja, ich glaube, ich mache mich ganz gut. Ich finde die Grafik echt mega geil. Das kann ich gar nicht oft genug sagen. Ich habe einen Fertigkeitspunkt bekommen. Fertigkeitsmenü öffnen. Das machen wir, das haben wir uns noch gar nicht angesehen da oben. Fertigkeitspunkte über Fertigkeitsknoten einsetzt. Jetzt verbessert sich deine Kampf- und Schleichfähigkeit. Okay. So, wir haben Schatten. Drücke nach der folgenden Parade Dreieck, um den parierten Gegner zu treffen. Benutze L, um eine andere Richtung zu schlagen. Okay, klingt gut. Trickser. Das automatische Einsammeln. Ja, okay. Das ist, glaube ich, auch ganz geil. Jäger. Okay. Also, ich sage mal, dieses Tool, das ist ja nicht neu. Das gab es ja in Assassin's Creed schon seit sehr, sehr vielen Teilen. Ich mochte das irgendwie, ehrlich gesagt, nicht. Ne, also, das würde ich eher als letztes aufbauen. Dieses automatische Einsammeln, das finde ich eigentlich ganz geil. Und deswegen mache ich das auch als erstes. So. Den Todessprung. Kriege ich den hin? Ja, anscheinend. Das sieht schon sehr Assassin's Creed-mäßig aus. Ich muss zu Al-Hassan. Er erwartet mich. Gesundheit. So, da ist er. Ja, ganz okay. Ist das meine versteckte Klinge? Roshan und die anderen erwarten mich. Auf bald. Und danke, Al-Hassan. Oh, was hat er mir gegeben? Begibt sich zum Höhleneingang. Darf ich jetzt rein? Jetzt darf ich rein. Sehr geil. Jetzt werde ich vom Ohren aufgenommen. Sehr geil. Einer von uns, einer von uns, einer von uns, einer von uns. Komm, es ist zu weit. Wie fühltest du dich an jenem Tag vor so langer Zeit? Ich hatte Angst. Meine Hände waren schweißnaß und mir zitterten die Knie. Auch die Höhle sehr, sehr geil gemacht. Das sieht grafisch echt top aus. Menschliche Kerzenleuchter. Sehr geil. Oh ja, ich glaube, das ist sie wirklich. Das ist meine versteckte Klinge, Leute. Oder mein Pausenbrot kann auch sein. Aber ich glaube, die versteckte Klinge könnte sein. Jetzt macht es nicht so spannend. Basim ibn Ishaq. Bist du bereit, dein Leben hinter dir zu lassen und auf dem Schattenpfad zu wandeln? Das bin ich. Bist du bereit, den aufzugeben, für den du dich immer hieltest? Bereit zu opfern, was dir wichtig war? Regel Nummer eins, man spricht nicht über den Faltklapp. Was soll ich tun? Das ist ja ein sehr, sehr komisches Ritual. Was im Ibn Ishaq, du folgst nun dem Weg des Adlers. Ich habe es gesagt, Leute, meine versteckte Klinge. Willkommen, Herr Morgan. Du bist gestorben und wurdest wiedergeboren. Und nun kämpfe mit mir als Gleichgestellter. Muss man sich so anknurren? Lässt du dich wieder vom Zorn übermannen? Ich erinnere mich nicht, dich das gelehrt zu haben. Bist du wieder unaufmerksam? Haha, gut gemacht. Und das weiß sie von wem? Nur weil sie das Pferd zieht? Ali. Er ist fort. Sie haben ihn in der Nacht geholt. Sie? Der Orden. Bringt ihn in mein Zelt. Wenn Ali fort ist, sind wir blind. Der Orden hat Bagdad und seine Schritte in Nebel gehüllt. Wir müssen dorthin. Roshan und Bassem. Geht mit Fulad. Recht sofort auf. Ja, das klingt doch mal nach einem Plan, ne? So, aber ich denke, dass wir das nicht mehr in der heutigen Folge machen. Sondern ich denke, das machen wir in der nächsten Folge. Scheidet morgen wieder ein. Also ich habe ja in der letzten Folge eigentlich gesagt, dass ich zwei, drei Folgen die Woche hochladen werde. Aber ich habe mir gedacht, dass ich, ja, so wie auch bei Sons of the Forest fünf Folgen die Woche hochladen werde. Deswegen schalte ich morgen wieder ein. Dann kommt die nächste Folge. Und, okay, ich lasse die Videosequenz jetzt natürlich noch weiterlaufen. Weil das ist natürlich ärgerlich, mitten in der Videosequenz zu pausieren. Ach, sieht das geil aus. Ja, also ich sag mal, Assassin's Creed Valhalla war schon grafisch echt top. Aber, naja, ich glaube, also ich finde persönlich, dass das noch einen Ticken besser ist. Kann auch sein, dass es einfach nur so ein Placebo-Effekt ist, weil das Spiel neu ist. Aber ich glaube, das sieht schon ganz, ganz geil aus. Ja, wenn ihr derselben Meinung seid, lasst natürlich gerne ein Like da. Na ja, ihr kennt das Spiel, könnt ihr natürlich auch gerne ein Abo dalassen, damit wir endlich die 100 Abonnenten knacken. Also bis jetzt sind wir bei 98, also Stand aktuell bei der Aufnahme. Wäre natürlich mega geil, wenn wir die 100 Abonnenten knacken würden. Deswegen, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, teilt das Video mit euren Freunden. Und dann würde ich sagen... Was hier? Wir sollten weiter. Ich würde mich gerne erst umsehen, wenn ich darf. Bagdad und seine Umgebung rufen nach mir. Genau. So, eben wurde ich unterbrochen. Ich würde sagen, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, Leute. Lasst gerne einen Kommentar da, falls ihr euren Zenflet zugeben wollt, falls ich was übersehen habe oder falls ich etwas anders machen soll. Ihr kennt das Spiel. Und ja, dann schaltet mal morgen wieder ein. Morgen, 18 Uhr, kommt die nächste Folge und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ciao. Ciao.